Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tages-Taro am 4. November 2017 Ritter der Kelche Es ist Begeisterung. Es ist Bewegung, zwar schnelle Bewegung. Es ist Leidenschaft. Es sind Träume, Visionen, begeistert zu sein von etwas und es auch schnell umsetzen. Aber es ist auch sehr viel Gefühl. Es kann natürlich die Liebe Partnerschaft bedeuten. Dass wir auf anderen zugehen und zeigen Gefühl. Kann auch bedeuten, dass wir das empfangen und kommt jemand auf uns zu. Sehr liebevoll. Es ist auch romantisch. Oder haben eine Idee, was wir verwirklichen möchten. Und wir sind davon begeistert. Und wir gehen schon stürmisch voran. Aber es fehlt noch die Stabilität. Die feste Boden unter unseren Füßen. Oder die Zeit. Etwas noch vorbereiten. Weil wir brauchen diese Fundament. Und nur eine stabile Fundament kann man etwas bauen. Und das, was wir gerade lernen. Die Gefühle oder die Begeisterung ist wunderbar. Aber wir sollen das auch umsetzen in Realität. Und es soll auch erhalten bleiben. Diese Taro-Energie ist natürlich allgemein. In welcher Situation oder in welcher Energie befinden Sie sich gerade. Oder haben Sie die Frage, wie geht das jetzt weiter. Was soll der nächste Schritt sein. Oder haben Sie schon eine Entscheidung getroffen und brauchen Sie eine Bestätigung. Dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Das funktioniert per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Ihre Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.